was geht und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal freund heute leute reagieren wir mal auf meine ersten brawlers videos und leute wenn ihr mehr so welche videos sehen wollt lasst gerne einen leiter und ein kostenloses aber würde mich auf jeden fall auch sehr freuen und leute ich würde sagen wir starten dann mal direkt mit dem youtube video und ja ich würde sagen wir beginnen dann mal auf jeden fall direkt ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß los geht's freunde so leute auf jeden fall wie ihr sehen können bin ich jetzt auf meine brawlers playlist gegangen denn da habe ich alle meine brawlers videos und auf jeden fall leute ich würde sagen wir schauen uns mal dann mal direkt die videos an auf jeden fall versuchen den brawlers zu gewinnen auch so ich glaube das ist das erste video das 13 minuten okay ich würde sagen wir schauen einfach mal trotzdem das zweite mal an mal schauen okay los geht's freunde was war da bitte mit meiner stimme los also wirklich alter junger irgendwas hatte da meine stimme ich glaube ich war da ein bisschen erkältet das kann sein das video war glaube ich 2019 oder so ich glaube 2019 2020 sogar der 5 der erste kost ein bisschen aktiv auf diesem kanal werden und im jahr ich würde mal sagen wir beginnen jetzt da war noch star kam was in der kiste drin ist in der kiste auf jeden fall kein skin wir gehen mal in den shop haben habe ich gerade zu einen brawler kiste äh skin gesagt gut auf jeden fall holen wir jetzt unser alter ey was gab es damals alles da war noch kosankold im shop für 150 alter warum habe ich ihn mir damals einfach nicht geholt ich glaube aber der wird dies weihnachten noch mal im shop kommen und schuld sagen schlaber nicht so viel rum tut mir leid leute einfach mal die tickets ähm was ist hier noch so die tickets man okay ich würde mal sagen wir beginnen jetzt einfach mal mit du schau da leute und ja abonniert auf jeden fall noch meinen hauptkanal weil da bin ich auf jeden fall mein hauptkanal wird sogar noch gesperrt diese map man alter mann mann merkt wie cool ich mich da gefühlt habe was machst du das passiert wenn man mit ein wie sagt da noch der aus und alter ich war da glaube ich wirklich erkältet meine stimme die soll anders geworden diese map ist so alt der typ ist da was red ich da die ganze zeit der alte background da war halt extra die noch star kampf da oha krass dass ich das damals ich habe damals fast nie star kampf gespielt obwohl das schon da war echt krass ich hatte doch 2000 pokale freunde 2000 hä warum ist es scheiße da gab es ja schon wie ach so lol ich habe da nur beleidigt leute das ist nicht gut ich habe da nur beleidigt okay was mache ich 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 ok nein du denkst du auch nicht ey geh mal weg alzo geh weg haha oha crow wie sah er noch aus 10.000 Leben meine ich hab ich gerade gesagt was ist das für ein Kuchen wie los wie los so habe ich noch nie geschrien jetzt macht man doch ab ab vierte platz in solo macht man doch plus sechs ne oder plus vier die ganze runde bin ich alleine ich sag ich dachte ich hab du gespielt alter schaut euch mal meine brawler an die sind alle gerade mal auf 20 pokale oder so ey Junge diese Videos schreibt es auch mal wirklich in die kommentare leute spring weg spezial ein der das ist ein die schaut euch das mal an damals gab es dieses team noch gar nicht das gab es damals noch gar nicht pizza spaghetti gesagt ey ich muss das mal kurz ein bisschen zurückspielen Leute oh komm schweige spitz ey ah geh weg geh weg geh weg was mach ich also wirklich ich war damals ja so lost ah jetzt checke ich mir ab damals hat man doch auch bin ich dumm ab 400 pokal macht man doch bei fünfter platz plus zwei auch wie dumm Leute ich hoffe ihr wisst da ist die abnahme ab abnahme da ist dann die aufnahme abgestürzt und dann habe ich das aufgenommen das den zuschauern halt zu sagen ansonsten Leute ich würde sagen das was mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen like der abonnier nicht vergessen Leute schreibt gerne in die kommentare wenn ich vielleicht mehr so welche reaction videos machen soll und Leute ansonsten würde ich sagen ja wir sehen uns dann beim nächsten Video Leute auf jeden Fall ich habe einfach mal 25 Minuten aufgenommen und ich würde sagen Leute wir sehen uns dann beim nächsten Video Ciao Ciao Ciao